Ja, und auch ein herzliches Hallöchen von mir, von dem Peter, von Creative Crafter. Naja, wir haben jetzt 5.53 Uhr und gerade ist das neue Update rausgegangen. Ja, und auch ein herzliches Hallo von mir, von Daniel, ebenfalls von Creative Crafter. Und wir warten schon seit 4 Uhr auf das verdammte Update Terraria 1.2. Es gibt neue Frisuren. Echt? Echt? Oh, geil, Alter. I'm so excited and just can't hide it. Die Frisuren sind scheiße. Ich nehme einfach. Hätten sie weglassen können und schon 2 Stunden früher releasen. Ja, wäre ich auch für gewesen. Ich mache jetzt einfach meinen Standardcharakter. So, Crate, Charakter Name, Dance77. So. Ich habe jetzt 2 421. Einen Over-Badass und einen nicht-Over-Badass. Ach. Okay. Ja, gut. Dann ist es wieder auf der selben IP. Oh ja. Found-Server. Oh Daniel, dies Moment. Dieser Moment, wenn du einfach über einblöckige Blöcke gehst. Oh, warte. Es kam gleich. Oh, der Hintergrund. Oh Gott. Oh Gott. Das Spiel ist so geil. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dann wird dir auch angezeigt. Ja, das weiß ich alles schon. Guck mal die Mini-Map. Da kann man rein und raus sooomen und alles. Oh man ist so slow. Oh man. Charakter sieht scheiß aus alter. Ist ja egal. Man sieht ja eh eine Rüstung später an. Oh. So, man kann jetzt alles eigentlich mit einer Spitzak- Oh, ein Eis-Biom! Eis! Eis! Und hier ist Moos! Oh! Oh! Da geht, da geht! Das ist Eis-Slime. Oh Gott! Gel! Gel brauchen wir! Ich will fackeln. Wie geil dein Leben angezeigt ist! Und deins auf. Nein! Weißt du, was ich gerade bekommen hab? Scheiße, da komm ich nicht hoch. Du hast das bekommen. Ich hab Robes bekommen. Ich auch! Guck dir das an. Alter! 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 Warte! Hier! Ist egal! Komm, komm runter! Ja, bleib geschmeidig. Die fackeln, wie die jetzt aussehen. Hier geht's nicht wirklich weiter. Doch! Doch, hier geht's weiter. Hier muss das weitergehen. Ja, hier geht's weiter. Hier geht's weiter, Peter. Ja, bleib geschmeidig. Ich werd grad von... Slimes umgeboxt. Oh! Jungs! Haben wir lange darauf gewartet, diese Scheiße zu... Oh! Wir haben so... Wir wirklich... Wir haben mir so gesagt, ja wir stehen um 4 Uhr auf und... Das Update kam um 6 und dann haben wir jetzt bis gerade noch alle... Hardmode-Bosse gekillt. Gleichzeitig. Ja, mit irgendeiner... Cheaterei. Woah! Woah! Hier, hier ist irgendwie... Voll das... Kranke Zeug, was ist das? Red-Eis-Block? Alter, hört sich krass an. Ach, Fackeln kannst du jetzt auch an die Wand setzen. Aber nicht an jede. Achso. Alter, wie das aussieht, man. Aber hier ist nichts mehr. Doch, Dani, hier ist was. Siehst du? Boah. Achso, ja. Vollst du. Mit viel Geduld muss man da ran. Kann man jetzt auch voll die geilen Adventure spielen. Achso, das ist jetzt Tin. Oh, hier ist ein Pinguin! Geil. Greift der dich an? Nein, ich glaube nicht. Kann ich einfach so töten. Cool. Boah! Oh, das sieht schon mal geil aus. Das sieht schon mal echt geil aus. Ich finde es ein bisschen komisch. Mit den Seilen, dass er da nicht automatisch dran geht, aber... Ich finde es in Ordnung. Ich meine, wir können ja noch ein paar Bugfixes begeben. Hätten sie lieber das Spiel erst fertig machen sollen, oder? Ja. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Hier ist irgendetwas Rotes. Rotes. Was ist das? Alter! Alter! Da ist hier so ein Höhleneingang. Oh! Was ist das hier? Rope! Oh, das ist die andere Corruption. Ja, okay. Komm. Bin ich bekloppt, oder? Ich geh da nicht rein. Oh, fuck. Ja, das macht Schaden. Jetzt haben wir jetzt die Grapplinghook. Okay. Wir wollen ja erstmal so viel wie möglich erkunden. Natürlich. Ich mach mir jetzt ein Rope-Coiler. Was kann man da hinsassen? Was ist das? Was ist das für ein Bio, Alter? Es schneit, aber es ist alles so... Ah, hier ist eine Desert. Jetzt krieg ich bestimmt einen Sandstorm in der Bottle, oder so. Ja, genau. Du mal wieder, ne? Und... Und du dann flying carpet, oder so. Oder genau andersrum. Ja, ich häng dich ab. Man kann hier einfach ganz smoothly langlaufen, ne? Ja, größtenteils. Was? Oh. Ich hab Legs. Was soll ist das? Face-Monster. Scheiß, ich bin ziemlich gefickt. Nein! Nein! Ich auch! Ich komm noch weiter als du! Ich find diesen scheiß Sandstorm in der Bottle. Oh oh, ich glaub hier ist diese harte Corruption. Ja. Okay. Okay. Uh oh. Okay. Dann... Sollten wir vielleicht erstmal so ein bisschen... Anders an die Sache rangehen. Hier, ich baue schon für die NPCs. Ich kann jetzt... Holz kann man jetzt mit der Spitzhack abbauen. Echt? Die Äxte werden nur noch für Bäume benutzt. Insgesamt macht die Spitzhack ja jetzt alles mit. Da kannst du jetzt auch Türen abbauen und so'n Scheiß. Hammer benutzt man jetzt nur noch, um so Kanten da so flach zu machen. Okay. Ah, die Chests hast du schon gelootet, ne? Ne. Geil. Oh, lol. Boah, die ist viel größer. Mechanical Climbing Claws. Oh ja, die sind gut. Wir denken so. Allowability to slide downwards. Geil. Ja. Rorges. Swiftness Potion. Shurikens. Und... Tin Bars. Warte, ich baue die nicht mal ab. Ja? Es gibt dazu auch noch so Schuhe. Mit Spikes oder so. Hier ist noch ne Kiste. Hey, das gleiche! Ja, das ist cool. Ist ja richtig, wie für den Koop gemacht, das Spiel. Ja. Ich geh mal hier ein bisschen weiter gucken. Oh ja. Es lohnt sich wohl. Oh, das Wasser sieht viel schöner aus. Ja. Boah, hier geht's richtig tief. Ja, ich merke das gerade. Warte, ich geb dir das gerade. Hier. Hm. Da ist nix. Oh, da. Silver Orr? Ja. Ja. Ja, wir haben keine Ahnung. Ah, okay, ich hab's verstanden. Guck. Hä? Ja, ja. Dafür ist das da. Oh, da oben sind Diamanten, glaub ich. Jetzt gibt's jetzt auch ein Crafting-Window, da kann man sich alles anzeigen, was man craften will. Wo denn? Im Inwetter. Alter, man kann die Map auch mega groß machen. Hä? Mit M. Anstelle von Mana dran. Und man kann... Was ist das? Man kann so switchen. Man kann... Alter, hast du mal ausprobiert, da kann man... Boah, wie nice ist das denn? Man kann so an die Wand springen mit diesen Teilen. Und dann kann man von der Wand wieder weg springen. Ja. Ähm, hast du mal versucht, die Map so transparent im Hintergrund laufen zu lassen? Das geht mich auch. Das ging irgendwie, aber ich weiß nicht mehr wie. Ja, wenn du im Inventar bist, rechts, links, neben deiner Livebar-Liste, kannst du da so Sachen einstellen. Oh, cool. Jo. Aufgepasst, aufgepasst. Hä? Warum schlägst du mich? Hä? Daniel? Ja? Was ist los? Da ist ein Viech! Ach, das seh ich gar nicht. Hauptsache... Scheiße, ich krieg diesen Block nicht auf. Also... Ich krieg das nicht gebacken. Ah, okay, so. Jetzt machen wir das. Das Skill away. Jaaa... Warte. Oh, Zombie. Alter... Da drückt man ja noch mehr Schaden mit der Spitzhacke. Scheiße. Scheiße. Oh! Oh! Ich hab's geschafft. Hier ist so ein Demon-Eye. Ein Demon. Fuck. Oh, Kacke. Ah! 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 140 Leben, warum wärst du dich nicht dagegen? Sag ich doch! Kampf ums Überleben hier. Achso. Ja stimmt. Zombies haben jetzt einfach ein bisschen Variationen und so. Ich dachte, das lootet jetzt irgendwas richtig geiles, aber... Soll ich mir ne Holzrüstung machen? Nein, brauchst nicht. So, ich geh hier mal ein bisschen weiter erkunden. Mach das. Ich baue mal beim Haus weiter. Ja. Ich bin ja die Kamera, ich muss das ja sehen. Ja, genau. Ich hab gehört, Midnight sind jetzt Darker. Ja, ich auch. Das heißt, wir werden durch nichts mehr sehen und sterben. Aber so lange kann ich ja laufen, was das Zeug hält, ne? Laufschlampe! Das Haus ist weird, wo ich weiß. So, der Jack, der wohnt jetzt hier dran. Au. Jack, vertra... vertrau dir, dich! es gibt es aber echt schicke neue zombies muss ich sagen die zombies sind mega hart ne das feeling bro die die grabstellen sind die geiler es gibt ja pyramiden und lebende bäume und wir haben einen lebenden baum auf der map so scheiße man spawnt direkt in der tür deswegen wird die tür mal abgebaut deswegen und ich habe hier eine living woodland das ist ja cool ich kann baum bauen kann es sein dass der inventar größer ist dass das inventar der inventar ja ich kann so original bäume bauen weil ich ja da kann man nicht mehr vorbei ja jetzt kann man so alter nice alter das item das ist richtig geil für den anfang hat ne fick dich das ist schon zu gut ja nein 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 nicht nicht muss eine weiter Ich dachte, du hättest noch nicht eine weitergemacht. Okay, ich pflanze schon mal neue Bäume. Ja. Und, ähm, Daniel? Ja. Ich glaube, gleich müssen wir aufhören. Nein, wir haben noch 20 Minuten. Ah ja. Ich bin erst 10. Das kommt aber schon irgendwie voll lang vor. Ja, ne? Also, oh, wie ich jemanden ausprobieren kann. Boah, das Item ist geil! Fick dich! So. Das ist schon schwer geil. Also da hinten ist ein lebender Baum, hab ich dir ja schon gesagt, ne? Ja, okay. Und da bin ich schon mal reingegangen und hab unten die Chest gelootet und da war halt dieses Living Wood drin. Alles klar. Nix zu Extremes. Ja, so ne Pyramide mit nem Sandstorm in der Bottle wär mir zwar lieber gewesen, aber naja. Und man kann jetzt wohl auch Early Game direkt schon Magier sein. So, die Karte weckt mich grad ein bisschen auf. Ich mach die mal weg. So, da kommt niemand durch. Okay, so. Wie bist du da eigentlich hochgekommen? Oh ja. Wie bist du da drüber gekommen wieder? Ja. Ähm. Mit dem Item. Nein. Fuck. Ich komm da jetzt mal hinterher. Okay. Und man muss nicht ständig hüpfen, das ist so... Entspannend. Ja, dies. Au, da ist ein Baum. Und was ist das Living Wood nochmal? Ja, das ist halt jetzt hier... Alter, warum sind jetzt schon so dicke Augen da? Hä? Oh Scheiße. Ich bin so fucked. Oh mein Gott. Loren. Elf mehr! Ich bin Baumann. Baumann schreitet zittert. Lob. Ja, kacke. Bist du doof? Baut das doch nicht wieder zu. Ich wollte... Ah, also. Nein! Gerechtigkeit. Tut mir leid. Ich wollte das so hinsetzen, dass man da oben stehen bleiben kann. Oh, im Hintergrund habe ich ja noch gerendert. Das ist jetzt auch schon fertig. Die Grabsteine finde ich sexy. Oh ja, ich finde alles sexy. Was ist hinter dem Baum? Warst du da schon? Nein. Schreib mich jetzt hier in Facebook an! Ich muss zocken! Hi, wie geht's? Wer denn? Nein. Ähm. Nichts Wichtiges. Ich habe einfach... Wahrscheinlich steht da jetzt gesehen und jetzt schreibe ich nicht mehr zurück. Scheiße. Wieso macht die Spitzhacke eigentlich mehr Schaden als das Schwert? Ja, weil die Spitzhacke halt Skill ist. Du weißt auch, die Spitzhacke ist Skill in Tüten. Ich habe jetzt hier Living Wood. Alter, wie du, wenn du spawnst erstmal schön die Tür wegbäschst. Ja, hey! Au! Guck, da sind diese Living... Nein! Ach. Mach alles kaputt, Peter. Was tust du? Boah, schreib nicht! Ah! Oh, das sieht geil aus. Ja. Warte, wie auch, schreib nicht. Bist du die ganze Zeit angeschrieben, oder wie? Hey! Heute schreibe ich ne Physikklausur! Wie geht's dir? Kann grad nicht. Scheiße. Muss lernen, oder sowas. Scheiße. Schreibst du die jetzt auch, oder wie? Mann, ich kann nicht. Was geht hier ab? Alter, du hast ne Urne getroppt. Echt? Ja. Ja, siehst du mal, was hier alles droppen kann. Was wollte ich denn jetzt nochmal machen? Oh, es ist viel schwieriger in Holz ranzukommen. Weil alle Gegner jetzt schon so hart sind. Ich finde es ist härter als in... Ah ne, weil wir gerade Nacht hatten, ist es so hart gewesen, ne? Da wird verharrt, Alter. Ja, so oft sind wir ja noch nicht am Anfang korrekt. Das letzte Mal. Aber das mag sein. Das war knapp. So, jetzt will ich hier noch exploren. Nach rechts. Wie der Internet Explorer. Slow und unzuverlässlich. Hier sind erstmal zwei Chests. Wo? Erstmal ein Dämonic Spear. Und nochmal Climbing Claws. Okay, ich glaube das wird so ein Eidrim, was wir irgendwann einfach wegwerfen. Das glaube ich auch. So ein Late Game so. Yeah. Climbing Claws. Das war so gut, dass wir das nochmal neu angefangen haben, weil sonst wäre das so langweilig gewesen. Ja, weil wir hatten ja eigentlich schon mal vorgespielt. Ja. Aber jetzt, da hatten wir dann schon alles. Also Adamantit und den Rest haben wir uns dann irgendwann einfach gecheatet. Das war echt lustig und dann haben wir alle Bosse gleichzeitig und so gemacht. Aber das war nur natürlich, gecheatet haben wir erst als wir wussten, dass wir nicht mehr mit den Spielständen spielen. Davor haben wir nur geglitscht. Das werden wir aber hier nicht machen, denke ich. Alter, das ist aber schlimm. Ich komme nach Hause. Ich glaube ich setze mich in den Keller, Alter, ohne Spaß. Ich habe keinen Bock meinen PC wieder oben aufzubauen. Und dann? Du kannst ja schon direkt nach der Schule wieder anfangen. Ich muss dann nach Hause. Ich kann dann anderthalb Stunden. Ich fahre dann wieder nach Hause. Dann habe ich erstmal Gitarre. Oh scheiße. Ah fuck ey, meine Nase. Scheiß drauf. Terral. Weißt du, mit meinem Gitarrenlehrer mache ich ja jetzt im Moment so Soundtracks und ähm so Filmmusik. So und jetzt sollte ich ausprobieren eine Filmmusik zu schreiben für eine Bewegungsszene. So das habe ich aber noch nicht gemacht und es ist ja nicht so, man kann ja nicht mal eben so einfach was komponieren und deshalb Mozart konnte das. Jaaa. Aber Mozart war ja auch scheiße. Jaaa. Aber Mozart war ja auch scheiße. Jaaa. Wir haben eine Merchant. Oh die Skills, Alter. Beim Baumklettern bin ich jetzt der Boss. In welchem Ding bist du dann? In welchem? In welchem? In welchem? In welchem? In welchem? In welchem? Gibt es da noch einen zweiten Living Wood? Jaaa. Direkt dahinter. Da bist du. Der ist voll geil. Man kann jetzt immer auf der Karte sehen wo derjenige ist. ich baue in der zeit müssen holz ab ich habe das gefühl es gibt weniger holz wenn man zum baum abbaut jetzt alles jeden block einzeln abbaust hier oben ist nur scheiße das heißt das heißt dass ich jetzt wieder vom baum runtergehe nein ich meine bei welcher verheirat keine ahnung wie meinst du also was hast du gefunden keine kiste also gar nichts es gibt neue urnen oder wie auch das immer heißt das ist so geil dass man am anfang schon so eine krasse mobilität hat ja was macht bock also es macht bock dass ich bin ja ich kann schon einen star in der bottle machen das heißt also was bringt das keine ahnung ich gehe mal in blue party das war einfach eine verschwender von seilen ist das hier schon dschungel oh nein ah das ist auch schon hier versucht ja ich liebe die europäische hier der piranäa ist auch trockenen scheiße ich hab lex ich hab lex und da bleibst du ja gerade einfach bleibst du ja gerade einfach nur stehen du bist tot oh man bei mir stehst du scheiße wie die da einfach stehen wie die da einfach doch mal alter wir haben halt schon fast halb sieben oh man ich krieg einfach nicht genug i just can't get in a i just can't get in a yeah tut mir leid ja wer lebt denn jetzt hier schon alles ah this house is suitable nein hier ist jetzt gerade irgend so ein typ angekommen wer ist denn der demo list greetings alter wir haben schon diesen typen der dynamit verkauft cool und damit würde ich sagen sind wir auch schon weit genug für die erste folge und terraria 1.2 ich würde sagen hat sich gelohnt nö oh man ja uuuu wat ne spielerfahrung peter greetings was ich habe gerade ne wooden wall ne ne nen holzblock halb abgebaut ja mit dem hammer und wenn du jetzt nochmal draufklackst wird es wieder dick was naja mit dieser erleuchtenden wie mit dieser erleuchtenden erkenntnis bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal